Wir sind hier am Einhorn-Springturnier in Seefeld 2017, neben mir die Siegerin Kirsten Schweiger der Standardspringprüfung über 1,40 Meter, die in einem Stechen entschieden wurde. Kirsten, herzliche Gratulation zu deinem Sieg. Was sagst du zu deiner Leistung von deinem Pferd Koriander? Danke erstmal. Ich bin total zufrieden, weil ich habe gemerkt, dass das ganze Wochenende super lief und die Verhältnisse haben gepasst. Und dann dachte ich mir, jetzt probiere ich es mal und geklappt hat es. Sehr gut. Das ist natürlich sehr erfreulich. Wie haben dir die Bedingungen in Seefeld grundsätzlich gefallen? Super. Ich glaube, das ist das beste Turnier, also mit der besten Kulisse, eindeutig. Bedingungen sind top. Man merkt auch, dass die Leute hier total bemüht sind und ich hätte mir gewünscht, dass noch mehr Leute heute geritten wären, weil man merkt, dass hier rundherum alles stimmt und die bemühen sich natürlich sehr. Wirst du das Turnier noch einmal besuchen? Ja, sehr gerne. Jetzt habe ich eine Top-Erinnerung und natürlich komme ich wieder. Sehr fein. Danke schön für dein Interview. Danke auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.